I am the bonfire, you make me stronger, you make me lighter, with the shit you throw on me, throw on me. Für Fuß, gleich los geht, ganz kurz, hier sind Wolf Fuß und Frank Buschmann, viel Spaß heute. Und heute heißt es also TSV 1860 München gegen den VfB Stuttgart. Kurz zu den Gästen, wie schätzt du sie heute ein, Buschi? Ich will sie nicht zu früh loben, aber derzeit sieht es in Sachen Aufstieg richtig gut aus. Jetzt dürfen sie keine Fehler machen, dann spielen sie nächstes Jahr eine Liga höher. Ansgar von Hauenstein ist heute der Unparteiische in dieser Begegnung. Da trennt er ihn vom Ball. Und da haben wir es, das Tor. Und der erste Schuss ist gleich drin, besser geht's nicht. Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, aber egal, Hauptsache der Ball passt. Hoho, den macht er gut mit der Innenseite. Und da braucht er nicht viel Kraft, er platziert das Ding gut. Ganze vier Minuten sind vorbei. Da ist hier das 1 zu 0 gefallen. Tor, 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 Tor! Tor, Tor, Tor! Ja, ja! Tor! Da ist er drin! Tor! 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 Tor in München! Tor! 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 Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Gentner. Das könnte die Führung geben. Tor ist leer. Brillant gemacht. Na, das siehst du als Torwart nicht gut aus. Er hält den Ball erst, aber er hält ihn eben nicht fest. Und dann geht er doch noch rein. Die Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne noch mal an. Oh, da haben die Verteidiger ihn aber im Stich gelassen. Und so kannst du den Gegentreffer irgendwann dann nicht mehr verhindern. 2-1. Hier ist noch alles drin. Da kommt der schnelle Einwurf. Green. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Worte. Tor Stuttgart. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Das könnte der Gelegenheit werden. Gute Idee dieser Ball. Jetzt vielleicht. Und der VfB mit dem Tor. Und ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten für den Gegner. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. 4-1 jetzt also. der rote und jetzt die chance da klatscht der ball an den fosten gehalten gut aufgepasst er versucht einfach mal aus der distanz und jetzt vielleicht die chance gibt ecke werfen wir noch mal einen blick auf diese chance jetzt wird es gefährlich jetzt vielleicht das muss das tor sein und stuttgart mit dem tor also da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem tor ich muss sagen da haben sie ihre keeper auch nicht unterstützt da musst du einfach den zweiten ball verhindern schön viele tore heute 521 jetzt und wer weiß ob das schon alles war jetzt bin ich gespannt wie er die ecke rein bringt reguläre spielzeit ist oben aber es gibt vier minuten oben drauf green jetzt müssen sie aufpassen der angriff könnte was werden schuss versuch da passt der tote auf viel verkehr im strafraum gleich kommt die ecke jetzt schießt er klasse aufgepasst vom tor war 45 minuten sind rum und das halbzeit ergebnis war so ganz sicher nicht vorher zu sehen knappe führung für sie wieder eine klasse leistung im ersten durchgang das ding hier müsste normalerweise durch sein und jetzt laufen die zweiten 45 minuten die erste hälfte war eine klare angelegenheit ich bin gespannt ob sie noch mal ins spiel zurückkommen da gewinnt da gewinnt er den zweikampf kein zweifel das ist freistoß hier sieht man es noch mal ganz deutlich die grätsche war alles andere als optimal keine andere option für den referee ja gefällt mir richtig gut was der heute zeigt sie haben richtig mühe mit dem heute er kommt immer wieder zum abschluss jetzt könnte es gefährlich werden jetzt vielleicht klasse aufbauspiel und das tor dann fast folgerichtig so jetzt können wir uns den treffer noch mal genau anschauen diesmal aus einer anderen kamera perspektive 6 1 das ist schon eine richtige abreibung machte sie wollen zumindest noch ein tor aufholen aber hier hat es nicht geklappt das ist ein faul da muss er freistoß geben richtig entschieden es gibt die gelbe karte und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die zwei kämpfe gehen eigentlich wird hier ausgewechselt und bei der nächsten unterbrechung wird hier gewechselt gibt es jetzt die gelegenheit jetzt vielleicht sehr gut gemacht vom torhüter und jetzt die chance der ball geht daneben das kann er definitiv besser und jetzt die chance der ball geht es nicht mehr so in die zwei kämpfe gehen und jetzt die chance der ball geht es nicht mehr so in die zwei kämpfe geht es nicht mehr so in die zwei kämpfe das könnte gefährlich werden machte ihn das war heute schon sein drittes tor eine spitze leistung er ist richtig gut drauf in dieser saison ist nicht sein erster dreierpark in dieser spielzeit und sie bekommen ihn hier heute überhaupt nicht in den griff eine tolle vorstellung das ist eindeutig heute zumindest bisher mal sehen ob sie hier noch zurückschlagen können irgendwie jetzt kann es gefährlich werden und jetzt die chance wer aus der chance wird nichts schade damit hätten sie hier den rückstand verkürzen können da bin ich ganz bei dir wolf die leistung der mannschaft passt und jetzt ist es vorbei einseitige partie die hier zu ende geht ein souveräner sie heute sie waren über die gesamte spielzeit das bessere team gar wolf das will ich einen überzeugenden auftritt absolut überzeugen seine heutige leistung hat für mich tatsächlich in diesem spiel den ausschlag gegeben war der entscheidende mann mit zwei drei toren sensationelle leistung bis zum nächsten Mal